es sein wir haben eine neue rtg erstellt jungs ein komplett niegelnagel neuer account noch nie in fifa gewesen noch nie registriert komplett neu bei zero bei zero es hat funktioniert deswegen auch schon mal herzlich willkommen an alle bei youtube das wird natürlich auch ein youtube video wo ich euch immer mitnehmen werde weil das wird jetzt noch mal ein neues projekt ein neues ein neues kapitel ein neues kapitel unser main account ist super werden wir noch weiter pflegen mal ein paar spiele mal ein paar spcs mal paar spieler testen und so weiter und so fort aber der reiz auf dem neuen account auf dem main account ist noch großartig trading technisch was zu machen oder 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 ist nicht mehr da deswegen machen wir diesen neuen account wenn ihr dieses ganze ja ereignis sage ich mal verfolgen wollt könnt ihr jetzt entweder live bei twitch machen da mal ein follow da lassen wir sind da jeden vormittag live ich versuche immer jetzt um 10 uhr live zu sein mit der rtg dann auch oder ihr lasst einfach ein like und follow hier beim youtube kanal da und dann kriegt ihr hier mal die highlights von der rtg zusammen geschnitten und wir haben jetzt hier tatsächlich so wie am anfang ein starter paket und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr was am besten war aber ich glaube frankreich oder brasilien oder also wir taken brasilien wir machen das auch so dass ihr mal ein bisschen mit entscheiden könnt okay also ihr könnt jetzt nicht sagen ja okay ich stoffe mal den spieler ab und so aber mach halt so ein bisschen so community atg ne community atg und das ist tatsächlich das erste pack brasilien iv forest keine ahnung wer das sein soll aber es wird echt spannend digga guck mal philippe so eine karte hast du jetzt oh wir haben oscar oscar der legend oscar der legend aber ja für ein anfangsteam bruder was soll ich dazu sagen ist halt kacke ne ist halt kacke was soll ich machen einen leihprofi verpflichten ach so mit einem aus der start elf ja ok nehmen wir stürmer ich will einen stürmer haben ich will einen guten stürmer haben oh mein gott nicht mal einen guten stürmer für mein team ist jetzt gut so ein immobile ich nehme sogar echt immobile glaube ich ne oder lautaro martinez also wir fangen auf jeden fall mit bayern trikot an das sieht erstens cool aus zweitens ist vielleicht was wert genauso wie das am barcelona trikot das ist glaube ich am schlauesten bayern trikot barcelona trikot wählen und liverpool wappen das sind glaube ich alles sachen die was wert sein können hsv welt ultrameter gewesen weil das ist safe immer noch was wert wir bekommen sogar noch das fs academy verteidigung diese spieler dafür sturm profis auch was bekommen wir noch alles mittelfeld profis auch stark champions quali punkte okay ich weiß nicht woher ich die haben soll aber haben wir anscheinend einfach bekommen saison 4 teil 2 okay das ist einfach nur eine benachtigung showdown series auch nur eine benachtigung und last but not least willkommen speck starte deinen verein mit legendären superstars aktuellen und früheren fußballäres enthält ein basis icon prof dicker du kriegst zum starten der rtg ein scheiß icon basis profi wahl basis hero wahl road to the knockout dicker was kriegst du alles alter ich habe mit dem account noch nie fifa gespielt okay das heißt das ist jetzt unser team und wir haben null coins wir haben gar nichts wir haben nur im shop fünf packs als erstes moments machen bis zu 20 schwerer hast ein draft token nehmen und rein da schlauer call lennox deswegen machen wir das mit der community zusammen schlauer call aber wir können auch direkt evos am anfang writen fs academy verteidigung speck und wichtiges wichtiges wichtige wichtige add-on ist wir werden diese rtg nur bei twitch machen ich werde off stream nichts machen alles was auch scheiß arbeit ist ich will das einfach realistisch machen für jemanden der einfach auch für jeden tag vielleicht ein zwei stunden maximal zeit hat für fifa so ich will jetzt nicht so dieses extreme jetzt hier vier stunden und grinder off stream grinde ich dann noch vier stunden und so wisst ihr wie ich meine das ist halt kacke ich will diese rtg nur on stream machen alles was wir uns machen passiert in der rtg und off stream wird nichts gemacht und sowas ist halt wirklich gold wert für eine rtg na so ein kosten nur für die iv man kann ja zwei in verteidiger machen zwei mittelfeld zwei stürmer da haben wir schon mal eine gute gute grund base 87 bis 89 immer ein tausch sbc okay das stimmt da kriegt man viele spieler wieder na oh mein gott wie geil ist das denn digga diese leihspieler retten mir am anfang halt den arsch na zb so ein 99er van deyck nehme ich auf jeden fall absolut mit für die iv 100 prozent am anfang ich habe keine coins van deyck kommt mit der wird 99 spiel durchgerockt naja road to the knockout weiß jetzt nicht wie far ist vielleicht ganz cool spiel bei der zdm position aber ein bisschen arsch oaiken hero das wird auch sehr spannend ich muss jetzt ja auch ein bisschen nicht nur auf rating achten na ich nehme deswegen glaube ich mal herrnandes entsteht die iv schon mal van deyck herrnandes ich achte erst mal nicht auf chemie erst mal wichtig gute spieler zu bekommen kessler ist auch super für das anfangsteam sie 24 spiele alter und eiken profi guten torwart schieber ist echt nicht geil oder schweinsteiger ich habe für das mittelfeld hat schon wie vor und kessler jetzt für den anfang ich nehme ich glaube für den anfang kassiers ins tor hinten deswegen ist das jetzt noch mal hier eine gute wiederbelebung glaube ich vor allem auch um so eine sb so eine dinge hier zu machen und hier werde ich auf jeden fall nicht atenea und uka vornehmen die sind zwar op aber die habe ich erstens auf main account und fühle ich nicht so krass ich werde hier wahrscheinlich entweder sind im beam benehmen weil man den hat als zm zocken kann der ist dann glaube ich sehr krass brian ist auch immer sehr gut gegen mich muss man sagen oder robbery robbery würde ich auch fühlen der ist auch immer sehr krass op digger und hier haben wir dann ja noch mal mittelfeld und da bin nämlich glaube ich zum beispiel garte der ist auch sehr stark man muss jetzt echt schlau wirtschaften hier vorschau pack zum beispiel mitnehmen gucken und die karten kontrollieren ist was mehr wert oder nicht lohnt nicht morgen sind grüßt ihm einfach was geht ab jetzt kommt parero 85 nein sagt nicht so ist neuer account pro muss jetzt können eigentlich ist neuer account 85 plus stürmer es ist eine frau digger ist 85 da die du hast auge gelegt wo du hast auge gelegt es wäre glaube ich sogar schlau wenn ich so eine karten jetzt ins diese upgrade packs da pack oder für den start weil im endeffekt ich will mir eigentlich ein team schon bauen auf was so ein bisschen chemie hat und so und so eine dali will ich ja nicht spielen digger dann kannst du auch player picks machen ja na erst ab 86 87 meinst du was kann ich denn bei squad building challenges machen bei profis erst mal nix ach das ist alles gesperrt ach ich muss erst mal die grundlagen machen jungs ich muss erst mal jetzt hier die grundlagen spcs machen digger das ist ja wirklich crazy auf null gesetzt sollte ich eigentlich hinbekommen diesen hinweis brauche ich nicht mehr okay jetzt kann ich spcs machen ich musste nur die grundlagen machen jetzt kann ich erst mal auch die spcs wieder machen ich glaube ich werde gar nicht diese grundlagen und so machen da krieg ich halt digger bronze packs und so was soll ich damit scheiß mal drauf ich glaube das kann man skippen ich könnte ein 85er hier reinpacken kriegt denn sieben gold profis war schon wenig das lohnt sich echt erst ab hier so wo du 19 27 gold profis und so bekommst ich glaube das skippen wir erst mal ich glaube es ist erst mal nicht so schlau das zu machen mit den tauschvorgängen vor allem weil wir jetzt ja auch noch mal ein paar packs von den grundlagen vielleicht ziehen wir jetzt ja hier auch noch mal was wir haben halt null coins digger null coins heavy crazy ist das mal ein screenshot da mal und 200 münzen unsere ersten münzen jungs unsere ersten münzen sind da und fast nur der erste spieler kaufen aber auch nur fast das ist eher alles an trade brauche ich auch gar nicht irgendwie durch checken oder so einfach einfach alles in verein packen damit kann ich auf jeden fall die täglichen gold bronze silber und sowas machen das schlau kann es auch auf dem account wieder alles von einfach an trade ich werde nicht so viel mit train auf dem rtg machen weil dieses train und so das ist ja auch immer dann viel off stream und so und es geht mir jetzt wie gesagt bei dem account hier wirklich drum wie wie viel kann man erreichen nur so mit jeden tag so zwei stunden ich werde mich da auch ein bisschen begrenzt ich werde sich übertreiben einfach mal acht stunden oder so vielleicht mal so ein special stream wie gesagt wenn ich wieder komplett fit bin ist wahrscheinlich dann wenn meine mandeln raus operiert worden und so dann kann man ja auch mal dann so ein special stream also 24 stunden rtg wie weil was machen schaffen wir in 24 stunden so was kann man machen aber rein theoretisch will ich diesen orthonormalverbraucher account nachmachen und nicht jetzt hier dass ich hier 24 7 trade und off stream hier die krassen trades und sowas raushaue wissen wie ich meine dass das 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 ist halt nicht das ziel von dem account hier wir werden die er den ersten tag jetzt auch erstmal chillig rein starten wir werden glaube ich nicht mal zwei stunden machen wenn erstmal chillig rein starten so upgrades als wenn dann auch mal sehr lange folgen für youtube werden man dann auch mal ein bisschen nachgucken kann was wir so geschafft haben also jetzt machen wir dann als erstes upgrades tägliches gold tägliches silber tägliches bronze upgrade das sollten wir schaffen glaube ich denkt an die trikots und wappen anfangen stimmt verkaufen wir auch gleich bronze upgrade war easy das schafft man also schon mal wenn man eine neue rtg startet bronze upgrade tägliches und silber sollte man aber eigentlich auch schaffen da ja ich habe silber kann passt so silber upgrades auch fertig und dann ist der nächste step jetzt tägliches gold upgrade das wird aber krise dafür muss jetzt auf jeden fall erstmal die bronze und silber packs öffnen und dann hoffen dass ich das hinbekomme das wäre sehr stark so tägliches gold upgrade sollten wir aber jetzt aber auch hinbekommen nein wir haben jetzt schon nicht mehr genug silber spieler doch haben wir noch aber wir schaffen tägliches gold upgrade glaube ich nicht durch es wird sehr close digger okay wir haben jetzt zweimal noch ich glaube wir schaffen das dritte mal das gold upgrade aber nicht na krass hätte ich nicht gedacht ich glaube irgendwie ich dachte irgendwie schaffen wir das schon aber wir können es erst mal unser verein ein bisschen mit gold karten füllen das schon mal wichtig aber ich werde das nicht direkt in playerpix reinhauen ich glaube das ist nicht so smart war auf jeden fall jetzt keine gute gold karte dabei ich glaube silber wird halt krachen guck mal es kracht nicht oh mein gott sollte genau reichen digger genau auf den letzten spieler als wäre es vorher gesehen dass ich genau noch ein upgrade schaffe ich kann jetzt ja auch nicht wie auf meinem main einfach sagen ja okay ich kaufe kurz ein was klappt einfach genau genau auf den letzten spieler heilige es könnte halt nicht knapper sein genau auf den letzten spieler erst mal rivets dann kommen durch aufgaben eh genug packs am besten schauen dass du aufgaben wie treffe dreimal mit deutschen angreifern oder so nebenher mal schlauer call dafür seid ihr denn da genau solche calls brauche ich halt weil ich mit den aufgaben echt schlecht bin okay letzten packs erstmal und ich glaube dann geht es in moments grind weil ich will erst mal ein paar coins haben erst mal so ein 50k oder so mit 50k kann man glaube ich erst mal arbeiten sich ein team bauen und dann so ein zwei evo spieler da reinhauen die nebenbei machen und dann aufgaben machen und so weiter bei ersten brauchen wir trotzdem paar coins weil durch die ganze aufgabe bei rivets kriegst du ja auch schwer irgendwie coins kriegst du zwar spieler und so aber keine keine coins erstmal coins wir haben jetzt auch schon 3 4 85er darf man auch nicht vergessen kann ja aber aktuell noch nicht so viel mit anfangen ja stellt euch mal vor ich kann ein 83 x 10 machen boah hätte ich schon in form na oh mein gott das wäre ja so gold wert so moment was kann ich denn hier mir holen also saisonal ich kann mir seltene verbrauchseite pack holen brauche ich nicht ein seltener gold profi wahl das hört sich schon mal ganz gut an 33 plus mittelfeld profi hört sich auch gut an das hört sich gut an draft token pack ist schlau kann man einmal die dreimal sogar holen 83 plus packs kleines seltenes gold profi pack ich glaube das ist schlau mit dem draft das ist sehr smart das ist sehr smart 20 sterne kriegst du eigentlich relativ schnell wenn du diese aufgaben hier machst und wenn ich die ganze gruppe mache ich auch noch mal vier punkte das heißt insgesamt 2 3 4 5 6 7 8 9 plus 4 sind 13 ich schon mal 13 sterne kann ja auch unten einfach zählen und hier würde ich auch 13 bekommen wenn ich das beides fertig mache kann mir schon mal ein draft token holen ach ja digga guck mal ich brauche ja trotzdem irgendwie ein team zum spielen okay wir bauen uns jetzt unser erstes team buenos aires fc lm können wir sogar erst mal mit torres gehen und dann sieht das erst mal ganz gut aus und die wir uns hier reicht das locker meinst du zwar war hat 54 boah das ist echt krass vielleicht muss ich echt auf frauen liga gehen bisher na ich glaube da kann man am anfang viel rausholen so ein krasses frauenteam vielleicht gehen wir echt komplett auf frauenteam digga vielleicht könnte das so eine kleine zeit challenge werden krasses frauenteam zu bauen das sind so von männern komplett fertig fernhalten und nur so frauen gehen digga könnte ja mal in den kommentaren abstimmen ich mache einen kommentar normale rtg ein kommentar frauen rtg und das mit mehr likes machen wir dann ob wir uns dann nur frauen fokussieren oder rtg okay für die moments aufgaben brauche ich auch noch keine aufstellung oder so kann ja einfach so reingehen dann erstmal jetzt oh gott guckt euch das mal an die kamera einstellung und so was muss ich machen 18 flachpässe ausführen erstmal geht es jetzt darum kurz moments zu grinden unser erstes drive zu machen das ist das ziel das ist das ziel moments einmal zu grinden dass wir 20 sterne haben ein draft spielen können dann einmal die ganze einstellung für den account hier machen weil das ist bodenlos mit der kamera und so für moments reicht das jetzt pass von tor zu iv zum zm für moments reicht das jetzt aber dann für draft und so gleich machen wir die einstellungen auf jeden fall das ist die challenge dass wir jetzt erstmal draft kostenlos sozusagen bekommen und dass wir dann einmal den verein noch ausmisten und dann das reicht erst mal glaube ich für den ersten tag das war's 20 moment sterne jungs wir müssen gar nicht weitermachen 20 reicht wir müssen gar nicht weitermachen wir wollen ja wirklich effizient arbeiten und effizient arbeiten bedeutet wir haben 20 moment sterne wir gehen auf die sterne galerie und holen uns unser wohlverdientes draft stellen wir vor jetzt äh wir verkacken direkt erste runde draft das wäre hart es wäre wahrscheinlich sogar schlau für jemanden der nicht so gut ist in fifa einfach offline zu spielen aber da sehe ich mich gar nicht auf gar keinen fall so nächster step den wir jetzt bevor wir das draft machen wie kann ich denn die items in meinem verein sehen ich kann ja überall so ein untauschbares ding einfach nehmen hier zum beispiel wappen digga nehmen wir mother well zack und das gleich verkaufen gibt kein preisvergleich mache ich einfach auf heimtrikot nämlich dass sie sogar fresh aus oder sind die auch tradable und dann kann ich das bayern trikot anbieten zack soll sich jemand ergattern ich muss die coins mitnehmen auswärts trikot nehmen wir als heim habe ich das weiße das heißt auswärts kann ich ja zum beispiel einfach das nehmen unterscheide ich eigentlich gut genug und spotify auch anbieten wir holen alle coins raus das kann bringt auch 500 ja ich glaube die verkaufen sich aber halt mindestens auch für dasselbe kann ich den ball verkaufen den kann ich nicht verkaufen den auch nicht okay aber ich nehme trotzdem weißen knierutscher kann ich nicht verkaufen weil es das einzige vereins himne und so habe ich noch gar nicht oder kann aber nicht verkaufen vereins spitznahme habe ich noch kein okay hier kann erst mal mehr nicht machen struktur ultimate team chairman stadion kann ich auch nichts machen wo hier habe ich ein bisschen was aber ich glaube es auch alles antragender müssen halt jeden coin umdrehen am anfang dann werden competitive team haben und rivals können und champions können und so am spiel dann kannst du chemiestile verkaufen ich glaube ich habe halt sowas noch gar nicht egal ich gucke gleich mal aber ich glaube nicht dass ich sowas habe da haben wir alles nur diese standard fc dinge die man nicht verkaufen kann bringt alles gar nichts ich nehme mir jetzt aber überall sowas wähle das einfach aus hier haben wir auch nichts spielfeld tornetzfarbe kann auch was wert sein haben wir aber nichts torfeuerffekt ist sogar noch geblockt linienfarbe haben wir auch nichts rasenmuster haben wir auch nichts und pokale kann man nicht machen okay das heißt ich kann nur chemiestile verkaufen und ihr meint ich soll auf mein team gehen manager ist auf jeden fall untauschbar vielleicht habe ich hier aber noch einen der was wert ist nee die sind auch an trade meine verträge sind an trade ja habe ich noch nichts habe ich noch nichts jungs ich bin wirklich ein armer schlucker digger wir fangen halt bei null an aber wir können jetzt immer einen draft spielen online draft unser erstes draft und danach ist tag 1 rtg auch durch sage ich man sollte nicht zu viel machen wird hart aber machbar ja aber das wird der tägliche grind jetzt ja ja wir wollen draft token verwenden aber wir müssen jetzt rasieren ich muss jetzt richtig anstrengen 442 okay ich hoffe dass ich jetzt gute spieler bekomme kann kk zm oder packt ihn auf zm digger aber der packt jeden irgendwo rein mich trotzdem kk selbst auf camp spiele ich den darf aber eigentlich müsste ich doch jetzt ein krasses draft bekommen was ist das denken die joh chiller ist ja anfänger und soll gerade jetzt angefangen mit fifa wir geben ihm mal voll schlechte karten gibt mir doch gute karten casimiro digger das ist nicht cool digger aber was ist das aufgaben sabio 4 2 digger 32 der fünf stellen skills karlson 44 sieht auch nicht schlecht aus digger was ist das ich dachte ich kenne jetzt hier für icons totis und so ja das sieht doch besser aus de bräune petri bergkamp war sehr schlecht sage ich ehrlich der ist richtig kacke ich glaube ich nehme de bräune de bräune ist crazy ey bro ich kann das nicht was ist das für eine kacke die ich hier bekomme kudos wenn du in rivals danach reingehst immer die nwsf mit bekommst spieler und noch paar ja ja safe 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 okay klaus sieht nicht schlecht aus pierre sieht nicht schlecht aus upamecano kann der iv ne kann nur rv ich glaube da nehme ich klaus auf jeden fall ich brauche echt gutes draft digger ich muss hier gleich kompeten oh konate ist sehr stark da wollte ich auch gar nicht lange überlegen konate bist bist ist das jungs ein bist fernando hero nehmen wir mit linksverteidiger boah die die ersatzbank muss ja gleich extrem carryen das sieht ja überhaupt nicht gut aus von der startaufstellung her alter falter sieht das schlecht aus jungs oh mein gott bekomme ich so schlecht ich hoffe dass die teams dann auch richtig scheiße sind von meinen gegnern sage ich ehrlich da voll unfair sonst das sieht gut aus er schlägt cool super linksverteidiger ja 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 das ding ist mein zms sind halt schon krass seire emmeri bockt halt obwohl dann kann ich kaka einwechseln im sturm der ist sogar volle chemie und so schlau den iv brauche ich eigentlich nicht z m brauche ich auch nicht aber ein super sub als z m passt ja mcmaneman gefällt mir solar gefällt mir auch kann der stürmer ja jetzt sind das team doch vorm an jetzt kann man damit doch ja jetzt ja 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 jetzt kann man damit doch arbeiten pacho sieht auch nicht schlecht aus für die iv petit kann sogar auch iv na der kann überall ich nehme aber sogar pacho mit kaka statt casimiro auf jeden fall ja save 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 oder die baller jo felix die kriegen beide keine chemie digga ich nehme die baller mit okay flo wird smart da sind alle scheiße und frank digga das ist sehr stark das ist sehr stark der ist zwar nicht so krass aber ist trotzdem sehr stark auch für die chemie okay maxi mittel steht kann man noch mal mitnehmen und noch ein toti digga oder schmeckt oder schmeckt digga das schmeckt sage ich ehrlich ich werde in game ribberie auf rechts spielen katschauer auf links und im sturm kaka das wird's glaube ich und falls mir fernando hier und ich gefällt kompacho rein ich glaube das ist solide jungs haben wir noch gut gerettet sah am anfang ich deutlich schlechter aus maxi mittel steht auch noch ein guter super sub jetzt kurz ein paar einstellungen machen so die basics und dann rein da ins erste draft hat schaue auf links rechts mittelfeld ein ribberie vorne kaka und solar und zwei mri bitte du hast nichts im spiel gemacht ja wir haben es geschafft jungs ich weiß nicht wie wir haben es geschafft wenn der nächste gegner aber skill hat bin ich am arsch wenn du ein gameplay noch mal ist gutes dribbling und den haut er dann auch rein wichtig kaka haut übrigens alle rein eben auch solar und solar und dings haben ja nur verschossen wir sind finale jungs erstes draft auf der rtg finale ich gehe raus chat ich habe ich will dadurch meine laune jetzt nicht verlieren digga ist rtg ich will hier ehrgeizig sein ja aber falscher ehrgeiz falscher ehrgeiz hast du keine keine chance digga der gegner wurde gesponsert von ea mit seinem spielstil scheiß drauf ich glaube eh nicht dass ich so viel bessere packs bekommen hätte jetzt wenn ich das finale noch gewonnen hätte ich take das jetzt einfach sag fein freudigen keks digga scheiß drauf 550 münzen ist okay 600 münzen und 500 ist so stark unsere ersten drei verkäufe nehmen wir mit und haben wir jetzt unsere ersten beiden packs hoffentlich hat sich jetzt ein bisschen gelohnt digga es war wirklich geschwitze des uhrgrauens gameplay katastrophe gegner laufen über außen durch christens im ersten aber können unsere ersten coins sein können wir ein bisschen über teuer drauf stellen so 11 ja theoretisch muss ich halt alles anbieten jungs ich muss halt alles zu coins machen was zu coins gemacht werden kann so ich biete einfach alle für ungefähr 500 an kann mir schon vorstellen dass die da weg gehen zwar nicht alle auf einmal aber mal hier einer mal da einer das sind alles coins die wir gut gebrauchen können zweites pack ein bisschen besser bitte 1 86 87 irgendwas was ein bisschen coins bringt wir haben 4k nein keine special karte kroatien ztm bozovic und das war unsere errungenschaft jungs aus dem ersten draft was wir eigentlich mit 4 siegen hätten beenden können sage ich ehrlich wäre locker easy drin gewesen aber ihr wollte nicht plus wie gesagt ich wollte nicht okay aber war trotzdem stabiler tag für den ersten tag ich denke dass wenn wir alles verkaufen ein bisschen coins machen dass wir dann zumindest 15 vielleicht 20 k zusammen bekommen guck mal central hat sich sogar direkt verkauft für 750 der hat sich auch direkt verkauft und jetzt haben wir hier noch ja bestimmt 20 spieler oder so drauf alle mit einem durchschnittlichen verkaufswert von 500 münzer also 10k sollten noch so drin sein eigentlich 10k sollten drin sein dann werden wir das gleiche glaube ich morgen noch mal machen die täglichen spcs tägliches silber tägliches bronze tägliches gold und dann wieder moments machen dass wir das nächste draft machen können und dann hoffentlich im nächsten draft ein bisschen mehr glück haben ein bisschen besseres team bekommen und dann am ende des tages auch ja vielleicht ein bisschen besseres gameplay bekommen dass wir da ein bisschen mehr kompieten können aber das entstand jetzt das team also wir haben eigentlich noch kein team kann man noch nicht richtig team nennen würde ich sagen team ist es wenn ich die ersten spiele mache mir die ersten spieler kauf und dann auch wirklich die evolutions reinpackt die ich dann damit machen will und so dass jetzt erstmal das team was wir halt für moments genutzt haben aber ich glaube darauf kann man ganz gut aufbauen vor allem mit so einem fandai kind mit 99 spielen ich meine für die ersten 100 spiele so ein fandai zu haben ist schon mal super haben wir schon mal eine in verteidiger probleme eigentlich gelöst können wir daneben noch irgendwie konathe oder so für den anfang holen als cheat beast oder so müssen wir da mal schauen dann können wir auch noch verteidiger evolutions machen da gibt es ja auch geile mittelfeld evolutions gibt es geile stürmer evolutions gibt es geile und dann kriegen wir da glaube ich im laufe der woche schon gutes team hin ich bin auf jeden fall gespannt ich hoffe dass ihr bock auch auf dieses projekt ein bisschen habt dass wir da jeden tag wie gesagt ein zwei stunden zeit reinstecken einfach mal schauen wie man da vorankommt und wie weit man damit kommt und dann würde ich sagen sehen wir uns morgen oder übermorgen ich weiß nicht ob ich täglich eine rtg video hochlade oder nicht müsst ihr mal dann kommentieren wie ihr das am besten finden würde weil ich glaube es werden halt auch lange folgen aber es war es erstmal mit der ersten folge ich bin dafür zu sehen lass ein bisschen liebe da und dann bis nächstes mal haut rein und tschau 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 tschau